Hallo, willkommen in der Kinobar, im Monopolkino in München, zu einem neuen Arteshot. Der Stefan hält es schon hoch. Es geht um Katharina Wolls Debütfilm, Alle wollen geliebt werden. Anne Ratte-Polle in der Hauptrolle. Sie spielt eine Psychotherapeutin, die ja an der von allen Seiten, kann man sagen, gezogen wird, im privaten wie auch im professionellen Leben. Es ist eine Co-Produktion von der DFFB, wo die Katharina Woll studiert hat. Sie hat das Drehbuch zusammen mit Florian Plumeyer geschrieben, beziehungsweise sie hatte die Idee. Florian Plumeyer hat es geschrieben, bekam dafür auch beim letztjährigen Filmfest in München den Drehbuchpreis. Es ist in Co-Produktion mit einem kleinen Fernsehspiel gemacht. Der Film hat so einen fernsehigen Touch, aber ich finde trotzdem, dass er ins Kino gehört. Warum bist du anderer Ansicht? Ja, ich würde sagen, er wird es im Kino sehr schwer haben, weil er, also sie ist ja eine nervöse, gestresste Frau und gleichzeitig läuft TAR. Und das ist ja auch eine Frau, die allerdings mit den Eigenschaften toxischer Mänglichkeit auch im Stress steht. Aber wir haben es jetzt noch nicht gesagt, aber es ist schon eine Komödie, im Gegensatz zu TAR. Ach, das ist eine Komödie. Entschuldigung, ist mir nicht aufgefallen. Also, du bist heulend aus dem Kino gegangen, oder? Nein, überhaupt nicht. Wo hast du denn gelacht? Wie sie die Klappsessel für die Party zum 70. und der Mutter da raustragen. Na, da sind ja ein paar schon köstliche Momente drin. Auf der Party hinterher, wie die beiden Männer sich sozusagen gegenseitig... Aber wenn die eine nach sich so ein Regen ist und die fragt, brauchst du eine Decke? Na gut, also Humor ist natürlich was Subjektives, darüber lässt sich schwer streiten. Ich fand, dass der Film schon pointiert ist, dass er auch so eine feine Linie hat. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man quasi mit Zwerchfellzerrung aus dem Kino kommt, aber leiser Humor hat daraus seine Berechtigung, oder nicht? Ich finde, gerade wenn wir von Humor reden, fehlt mir eigentlich diese Herzlichkeit, die Humor haben will. Für mich ist es zu durchsichtig. Hier wird ein Konstrukt gebaut, super nach Lehr... Wie nennt man das? Nach Drehbuchwerkstatt. Nach Drehbuchwerkstatt. Gibt ein Geburtstagsfeier, dann kommt, ich tue jetzt nur eine Sache zitiere, ein Regenguss. Das ist ein schönes Symbol für Katharsis. Und ja, und dann ist ja der Film bald auch aus. Also das sehe ich aber so als so ein vordergründiges Konstrukt irgendwie. Also worin ich dir recht geben muss, vielleicht ist es so ein bisschen, was unter deiner Kritik liegt. Mir geht da auch ein bisschen eine zweite Ebene ab bei dem Film. Ich finde schon, dass mehr in ihm drinsteckt, als jetzt so beim ersten Augenschein, man glaubt zu sehen. Da stecken schon Wahrheiten drin. Es geht ja auch um eine bestimmte gesellschaftliche Schicht. Vielleicht ist der Film natürlich auch vor allen Dingen für diese gesellschaftliche Schicht gemacht. Aber der ist doch schon auch entlarven. Da geht es um Egoismus, da geht es um Selbstoptimierung. Und der Film erzählt schon auch indirekt wie Out of Touch, die mit dem Rest der Gesellschaft eigentlich sind. Aber der Film hat jetzt nicht so eine, ist ja auch ein kleiner, kurzer Film. Der geht 80 Minuten und ist, wie gesagt, eben tatsächlich auch von ihrer Filmhochschule mitproduziert. Da fehlt mir jetzt halt so eine zweite Ebene. Wir können jetzt mal einen riesen Vergleich machen, obwohl es auch ein Debüt ist. Ich nenne mal American Beauty. Ja, ein Debütfilm, der sich mit einer ähnlichen gesellschaftlichen Schicht beschäftigt und der Character-based auch ist, wo auch eine Figur im Zentrum steht. Da werden noch stärker alternative Lebensentwürfe angedeutet. Das hat jetzt dieser Film nicht. Oder was mir auch schon gereicht hätte, was mir hier wirklich ein bisschen fehlt, ist so eine Ebene der Poesie. Da braucht man gar nicht mit der Mülltüte anfangen, die im Wind weht. Oder mit den Rosen, die da... Aber sowas irgendwie, wo du sagst, okay, da ist noch irgendwas, was den Film noch irgendwie verstärkt. Der ist von mir aus gesehen ein bisschen zu dogmatisch, der Film. Der will zeigen, und das ist dann fast eine Frage über die weibliche Emanzipation, ob eine Frau eben nicht überfordert ist, wenn sie das alles will. Und das ist mir zu Bier ernst. Der hat so eine formale Strenge, das stimmt. Ich weiß noch nicht, ob das hätte sein müssen, obwohl es da schöne Sachen gibt. Also da gibt es immer so langsame Zufahrten, wo sich das Bild verengt und gleichzeitig auch die Hauptfigur so in die Enge genommen wird, wo man ihr aber auch näher kommt. Aber es kann natürlich auch sein, wenn es so ein Abschlussfilm ist, dass man natürlich, dass da der ganze Need, es gut zu machen, einfach noch zu stark ist. Dass man auch nicht die Lässigkeit hat, zu sagen, oh, beim Dreh fällt dir der Klappstuhl runter und es gibt eine kleine Nummer. Also Überforderung kann ja in Komik werden. Ich nehme einen Teil meiner vorherigen Kritik insoweit zurück, dass ich sage, die meisten Debütfilme kranken eigentlich daran, nicht nur in Deutschland, aber vor allen Dingen sehe ich das halt bei vielen Deutschen. Dass man ja gründlicher ist. Nee, dass man versucht, tausend Sachen in den Film zu packen. Ja, wir haben ja auch über The Ordinaries gesprochen und der Film versucht, tausend Sachen reinzupacken und irgendwann kann er das nicht mehr halten, was er sich auflädt. Und das ist hier anders. Da sagt eine junge Regisseurin, nee, ich konzentriere mich jetzt auf eine bestimmte Hauffigur, ich konzentriere mich auf ein bestimmtes Milieu, was ich erzähle. Auf einen Zeitraum, einen Tag. Zeitraum, genau. Also ein klassisches Erzählmotiv. Genau, und auch auf ein Motiv. Das ist schon positiv. Das geht schon auf. Klar kann ich dann hinterher sagen, ja, du hättest noch an ein, zwei Stellen tatsächlich noch mehr dazugeben können. Da war noch Luft da. Aber es ist der erste Film. Dann machen wir einen Aufmunterungs-Goodshot. Geben wir dem Film eine Chance. Ich finde, dass das ein Router-Dipfil ist. Auf jeden Fall weitermachen, ja. Ja, ich hoffe es. Und wir machen noch weiter. Tschüss. Auf jeden Fall.